im Ältestenrat und wird aber, denke ich, gleich zu uns stoßen. Ich fange da mal an und begrüße alle und auch alle Gäste, insbesondere zur 44. Fraktionssitzung, heute der Piratenfraktion in Berlin und schlage wie immer eine Tagesordnung vor, die ihr auch im Bett findet. Und zwar als erstes die Eröffnung, dann die Sitzungsleitung, Beschluss, Tagesordnung, Protokoll als Tagesordnungspunkt 1, als Top 2, Beschluss des letzten Protokolls, Top 4, Anträge der Fraktionsversammlung, Top 3, Anträge der Fraktionsversammlung, Top 4, Vorbereitung, Plenum, als fünftens Termine, sechstens Sonstiges und siebtens Berichte. Und wenn es da keine anderen Vorschläge gibt, ich denke, da sollte auch alles reinpassen, was wir heute haben, dann fangen wir so an. Und da muss ich als erstes auch noch mitteilen, dass es zwei Stimmübertragungen gibt. Einmal von Susanne Graf an Gerwald und von Oliver Hiefenhoff auf Alexander. Dann kommen wir zum Top 2, und zwar Beschluss des letzten Protokolls. Da haben wir einen Link im Pad und ich frage, ob es dazu noch Nachfragen gibt oder ähnliches. Dann kommen wir zum Beschluss. Wer ist dafür, das Protokoll so zu beschließen? Das sind alle Anwesenden dafür, außer Fabio, der sich enthält, Alexander Spieß, der sich enthält und Alexander Moorlang. Und Simon Weiß. Vielen Dank. Dann kommen wir zum nächsten Top, das sind die Anträge an die Fraktionsversammlung. Da haben wir als erstes einen dringlichen Antrag Asylbewerber Leistungsgesetz abschaffen, Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher in die bestehenden Sozialleistungssysteme einbeziehen. Gibt es dazu Beiträge? Ja, Fabio, bitte. Ja, ich bitte meine Entschuldigung zu verspäten. Ich hatte gerade noch eine kleine mündliche Anfrage geklärt. Der dringliche Antrag ist dringlich, weil er sich auf die nächste Bundesratssitzung bezieht. Das heißt, auch da gilt dann wieder die Strategie, dass wir versuchen sollten, dass er auch sofort behandelt wird und nicht in die Ausschüsse verwiesen wird, was bei dem Thema vermutlich nicht gelingen wird. Es geht um etwas, was auch bei uns im Wahlprogramm steht, und zwar die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Das Asylbewerberleistungsgesetz hat sich auch vor ein paar Wochen im Plenum schon kommentiert. Das Asylbewerber stammt aus den frühen 90ern, wo diese ganzen diskriminierenden Sondergesetze geschaffen wurden und regelt eben, dass Asylbewerber nicht im regulären deutschen Sozialsystem Anrechte haben und eben über dieses Sondergesetz Leistungen bekommen. Die Leistungen sind ja jetzt schon erhöht worden von 225 auf etwa 346 Euro. Trotzdem wäre es natürlich wünschenswert, wenn Asylbewerber eben genauso wie alle anderen Menschen in Deutschland eben ein Anrecht auf die Grundleistungen haben, die ja eigentlich auch so als allgemeinverbindlich geklärt sein sollten. Und dazu müsste man das Asylbewerberleistungsgesetz einfach mal ganz abschaffen. Es gibt da eben schon verschiedene Länder, die haben schon eine Bundesratsinitiative gestartet, um das zu erreichen. Und wir fordern das Land Berlin auf, diese Bundesratsinitiative zu unterstützen, womit das dann bewirkt sein sollte. Ja, vielleicht gibt es noch Fragen dazu? Ja, gibt es Fragen? Ansonsten würden wir zur Abstimmung kommen. Und dann frage ich, wer ist dafür, diesen dringlichen Antrag von Fabio zu unterstützen? Das sind alle Anwesenden dafür, mit allen delegierten Stimmen. Vielen Dank. Und dann kommen wir auch schon zur Plenumsvorbereitung. Top 4. Und da wahrscheinlich als erstes zu den Fragen und zu den Punkten, die geklärt werden müssten. Heiko, bitte sehr. Ja, danke schön. Dann machen wir als erstes die mündlichen Anfragen. Okay, ich sehe hier jetzt Wortbeiträgerin, Werder Naturschutz von Phil, von Olli und von Martin. Hat sonst noch jemand welche eingebracht und sind die auch schon alle im Redmine drin? Ich habe jetzt gerade keinen Netzzugriff, die müsste jetzt innerhalb dieser Minuten eingebracht werden. Es geht um die Erräumung der indigriantischen Botschaft letzte Woche. Weil letzte Woche müsste jetzt diese Christendetz gerade hoch. Okay, dann Phil, worum geht es bei deiner? Ja, hier geht es um Kleinod der Natur im Süden von Berlin. Da haben wir den Naturschutzpark und die Naturschutzstation, die momentan akut gefährdet sind in ihrer Finanzierung über das Ende des Jahres hinaus. Und dazu habe ich zwei Fragen an den Senat. Erstens sieht der Senat den weit mehr als 100 geschützten Tier- und Pflanzenarten heimatbietenden Naturschutzpark Marienfelde mit seinen angrenzenden Flächen wie der Marienfelder Feldmark als einer Landschaftsplanung unterstelltes, besonders schützens- und erhaltenswertes, stadtpolitisch herausragendes Projekt der Freiraumgestaltung und Biodiversität an. Zweitens ist der Senat gewillt, der Absichtserklärung aller Fraktionen der BVV Tempelhof-Schöneberg zu folgen, die Naturschutzstation und ihren Natur- und Landschaftspfleger, der als Naturranger überbezirklich bekannt ist, langfristig zu sichern und diesbezüglich effektive Maßnahmen zu ergreifen, um seiner Verantwortung als obere Naturschutzbehörde umfänglich gerecht zu werden. Okay, danke schön. Dann Martin? Ja, ich stelle auch gleich noch, wenn es erlaubt ist, die Frage von Olli vor, weil er ja nicht da ist. Also zuerst mal Olli, da geht es um das Volksbegehren-Nachtflugverbot. Es ist nämlich so, dass es Schreiben gibt, vorbereitete Schreiben, die uns vorliegen, dass ein Volksbegehren nur mit bestimmten Fragebögen gemacht werden kann, die zum Beispiel nicht auf der vorderen Rückseite bedruckt sind. Was aber wohl gemacht wurde und es nicht ganz klar ist, welche Fragen oder welche Unterschriften denn jetzt gezählt haben und welche nicht gezählt haben. Was interessant ist, weil das Volksbegehren ist ja bisher nicht gescheitert. Wir wollen halt nachfragen oder Olli will halt nachfragen, ob das daran möglicherweise liegen kann und wer es die genaue Rechtsprüfung ist. Und dann zu meiner Frage, das ist eine Frage, die bezieht sich auf einen Streit in Stegel-Zehendorf, der jetzt schon relativ lange existiert, der sich aber in den letzten Wochen auch in den Medien öfter niedergeschlagen hat, nämlich eine Schule, die Gemeinschaftsschule ist mit Montessori-Ausprägung, der seit längerem eine gymnasiale Oberstufe, also Sekundarstufe 2, verweigert wird. Und es stellt sich jetzt auch nach den letzten Bildungsausschusssitzungen mit großen Anhörungen, es gibt ja diese Studie zu Gemeinschaftsschulen so dar, dass alles auf eine Grundsatzentscheidung hinausläuft. Und zwar, ob Schulen mit reformpädagogischen Ansätzen denn überhaupt nach Ansicht des Senats in der Lage sind oder berechtigt sind, eine gymnasiale Oberstufe zu bekommen. Das sind die zwei Teile der Frage, warum das jetzt als mündliche Anfrage wichtig ist, wieder mal in die mediale Aufmerksamkeit, das zum einen für die Schule selbst und zum anderen für das Problem der Gemeinschaftsschulen an sich, das gerade intensiv in der Stadt diskutiert wird. Okay, Dankeschön. Somit haben wir zum jetzigen Zeitpunkt vier mündliche Anfragen vorliegen. Hat noch jemand Fragen an diejenigen, die die stellen möchten? Fabio, du hast noch eine Frage? Nee, aber soll ich meine kurz noch vorlesen? Also sie ist jetzt auch im Pad drin, aber die anderen haben ihre Aufmerksamkeit. Wie ist sie denn schon hochgeladen? Sie steht jetzt, kann ich jetzt so zum aktuellen Zeitpunkt nicht beantworten, müsste aber diese Sekunde passieren und ich würde gerne noch kurz vorlesen, was im Pad steht. Okay, dann kannst du deine Frage nochmal vorlesen. Also es geht um die Räumung der nigerianischen Botschaft. Wie steht der Senat zu dem Vorwurf der beteiligten Flüchtlinge und Unterstützerinnen, dass es im Rahmen der Besetzung der nigerianischen Botschaft am 15. Oktober zu einem unverhältnismäßigen Einsatz der Bediener Polizei gekommen ist? Welche Folgen haben die fest, beziehungsweise in Gewahrsamsnahmen durch die Bediener Polizei für die Beteiligten, die keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben? Okay, danke schön dafür. So, hat sonst noch jemand jetzt eine Nachfrage? Sehe ich nicht. Dann können wir zum Approval-Verfahren kommen. So, wir haben dann einmal die mündliche Anfrage von Philipp zum Naturschutzpark. Wir haben die mündliche Anfrage von Martin zur Sekundarstufe 2. Wir haben die mündliche Anfrage von Oliver Höfinghoff zum Volksbegehren-Nachtflugverbot. Und wir haben die mündliche Anfrage von Fabio zur nigerianischen Botschaft. So, wer seiner Zustimmung, beziehungsweise möchte, dass die Anfrage von Philipp im Plenum gestellt wird, dem würde ich jetzt um das Bällchen bitten. Das sind vier Stimmen für Naturschutzpark. Dann kommen wir zur Frage von Martin. Das ist die Sekundarstufe 2. Wer möchte dem seine Zustimmung geben? Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Bällchen. Gut, dann haben wir die Frage von Oliver zum Thema Nachtflugverbot. Wer möchte dem die Zustimmung geben? Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Bällchen. Und dann haben wir noch die nigerianische Botschaft. Nigerianische Botschaft, so ist es richtig. Wer möchte dem die Zustimmung geben, den würde ich jetzt um das Handzeichen bitten. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Bällchen. Damit haben wir eine Reihenfolge, ohne dass wir irgendwelche Stichwahlen machen müssen oder irgendwelche anderen Sachen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch. So, dann haben wir das an der Stelle schon mal durch. Ich hoffe, noch genügend Zeit zum Einreichen. So, dann gehen wir mal in den Ablauf der aktuellen Sitzungen. Als erstes vorneweg, Senator Henkel ist krank und ist demnach nicht am Donnerstag im Plenum dabei. Genauso wenig wie Herr Bovereit, der ist bei der Jahreskonferenz der Regierungsvorsitzenden in Weimar, was dazu führt, dass der dritte Bürgermeister in Berlin quasi jetzt an der Regierung ist. Und das wäre dann Müller. Ja, genau. Das heißt, Sie werden jetzt am Donnerstag von Müller regiert. Ah, genau. So, dann haben wir die mündlichen Anfragen, spontane Fragestunde, die aktuelle Stunde. Da hat die SPD und CDU angekündigt, dass sie... Achso, ja, stimmt. Das könnte man natürlich auch machen, weil es jetzt da als zweiter Punkt drin ist. Achso, da wollte ich mir noch ein Modi überlegen, wie wir in Zukunft von dieser spontanen Fragestunde umgehen. Ja, okay. Wir haben jetzt das übliche Problem. Wer hat eine spontane Frage? Ich habe eine Frage zum Verfahren mit der spontanen Frage. Ich hätte dem Innensenator Henkel gerne eine Frage gestellt, wenn der aber nicht da ist. Kann ich die nicht stellen? Du kannst eine Frage an den Innensenator Henkel stellen. Sie wird dann von dem Stellvertreter beantwortet. Und das ist in dem Falle die Wirtschaftssenation in Itzer. Das heißt, wenn du irgendeine Frage zur Polizei stellst, wird dir die Itzer im Zweifelsfall bei einer spontanen Fragestunde... Also bei einer spontanen, wirst du keine Antwort bekommen, wenn du dem Henkel oder Wobereit eine Frage stellen wirst. Bei einer mündlichen, würde dann quasi die Vertreter antworten. Also die Staatssekretär. Ja, ja, und der Staatssekretär antworten. Das hatten wir schon mal. Ja, aber geht davon aus, dass bei einer spontanen, der Staatssekretär euch sagen wird, dazu kann ich jetzt keine Auskunft geben, wenn ihr Henkel oder Wobereit eine Frage stellen werdet. Dann können wir keine Aussagen geben. So, okay, gut. Dann kommen wir zurück zur spontanen Fragestunde. Hat jemand eine, die er stellen möchte, die er nicht hier sagen darf? Der Phil hat eine spontane Frage, die er im Zweifelsfall stellen. Er hätte nicht bescheuert, wir müssen uns echt einen Modus hierfür überlegen. Fällt mir nicht nur ein bisschen... Ja, ja, ich finde es wohl ein bisschen doof, am liebsten möchte ich... So, okay, Phil hat eine Frage, die er stellen würde, sonst noch einer hat eine Frage, die er stellen würde. Der Martin hat auch eine Frage, die er stellen würde. Das heißt, wir haben jetzt zwei Leute, die eine Frage stellen würde und wir wissen nicht, was für Fragen diese Leute stellen wollen. Ja, aber Sie können sich doch einheben, müssen Sie später sagen. Ja. Genau. Okay, gut, dann machen wir es einfach so. Gut, damit haben wir die spontane Frage durch. Kommen wir zurück zur aktuellen Stunde. Wir haben fünf Themen, die eingereicht worden sind. Von SPD und CDU A100 wird gebaut, Planungssicherheit für Berliner Infrastrukturmaßnahmen. Von den Grünen Berlin gemeinsam gegen Gewalt. Von den Linken Flüchtlinge überall in der Stadt menschenwürdiges Leben garantieren. Und von uns Piraten, wo bleiben eigentlich die von SPD und CDU versprochenen 250 neuen Polizisten? Die SPD und die CDU haben angekündigt, dass sie bei dem Votum dann für den Linken Antrag stimmen werden. Also Flüchtlinge überall in der Stadt menschenwürdiges Leben garantieren. Weil sie weder über Gewalt, noch über Polizisten, noch über ihre A100 reden wollen. Weil, kann man sich ja vorstellen, alles in der Kritik steht. Dementsprechend wird es fünf Minuten Begründungszeit geben. Also vor dem Eintritt in die Tagesordnung hat jeder, dann haben wir die Möglichkeit, fünf Minuten unsere Frage vorzustellen. Wo bleiben eigentlich die von SPD und CDU versprochenen 250 neuen Polizisten? Und dafür brauchen wir dann einen Redner, der das fünf Minuten machen möchte. Ich sehe eine Wortmeldung von Christopher. Das bedeutet, noch jemand? Ich sehe nicht. Damit würde Christopher unsere aktuelle Stunde vorstellen. Gut. Dann kommen wir selbst zur aktuellen Stunde. Das wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit dann Flüchtlingen überall in der Stadt ein menschenwürdiges Leben garantieren. Wer möchte dazu sprechen? Das sind dann zehn Minuten. Fabio möchte zehn Minuten sprechen. Möchte sonst noch jemand sprechen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Damit wird Fabio zur aktuellen Stunde reden. Gut. Dann geht es weiter mit den Prioritäten. Dort hat die SPD und die CDU die Priorität von Tagesordnungspunkt 27. Das sind Wasserpreise senken. Alle Wasserkunden wirkungsvoll entlasten. Die Koalition möchte das sofort abstimmen am Donnerstag. Die Linken, die Grünen und wir beantragen aber die Überweisung an den Haupt mit der Begründung, dass sich das ja auf den Haushaltsauswirkungen hat und was haushaltswirksam sind, müssen mindestens durch die erste und zweite Lesung und können nicht in erster Lesung dann quasi gleich abgestimmt werden. Das Haus hat jetzt empfohlen, damit alles im 100, also das ist eine 50-50-Situation, ob man sich dann darauf einigt, dass es wirklich haushaltswirksam ist, weil es nicht wirklich einen Titel direkt begreift, sondern dann höchstens eine Einnahmesituation wäre, die nicht gleich wirksam wird. Aber das Haus theoretisch empfiehlt, es zu überweisen, damit man auf der sicheren Seite ist. Nach Auslegung der Verfassung und von Rechtsgutachten, die sagen, dass man die erste, zweite und dritte Lesung gleichzeitig machen kann, wenn sich alle dabei einig sind, könnte man das auch vorab an den Hauptausschuss überweisen, damit quasi die erste Lesung abwickeln und es dann am Donnerstag im Plenum behandeln und noch abstimmen. In der Verfassung steht aber, dass in der Regel 48 Stunden zwischen der ersten und der zweiten Lesung liegen sollen. Das ist aber eine Ausnahmesituation, quasi wenn wir das alle akzeptieren, dass das alles in Ordnung ist, dann ist das okay. Im Zweifelsfalle, wenn wir halt nee sagen, wird das dann per Mehrheitsbeschluss gemacht, würde dann dazu führen, dass wir natürlich die Möglichkeit haben, dagegen zu klagen, weil wir damit nicht einverstanden sind. So wie es aussieht, ist die SPD da kompromissbereit und hängt nicht so sehr zu 100% an der sofortigen Abstimmung. Aber die CDU möchte das auf jeden Fall an der Stelle behandeln. Das heißt, wir werden uns morgen in einer kleinen Geschäftsführerrunde da nochmal drüber unterhalten und dann im Zweifelsfall im Plenum auch nochmal. So, wer möchte denn bei diesem Tagesordnungspunkt resen, Wasserpreise senken, alle Wasserkunden wirkungsvoll entlasten? Da haben wir einmal eine Wortmeldung von Faxe. Wem will ich dazu reden? Ich könnte auch dazu reden, aber ich würde Gerwald an dem Punkt den Vortritt lassen. Martin? Eine Frage zu der vertragten Situation. Wenn die Koalition sich einig ist, ist klar, dann wird das eh abgestimmt und wir haben Nese. Wer würde denn dazu eine dreiminütige GO-Rede halten von Seiten der Opposition? Da wir noch nicht genau wissen, ob, wie, was etc. Habt ihr euch noch nicht drüber verständlich? Im Ältestenrat ist keine ängstliche Beklärung, weil das Haus auch nochmal mit der Verfassung gucken wollte und nochmal reinschauen wollte und morgen uns endgültig sagen wollte, was das Haus denkt. Und der Schneider von der SPD will auch nochmal mit dem Ältesten von der CDU reden und nachfragen. Ja, gesetzt den Fall, würde ich sagen, dass man das macht, dass man sich in der Opposition überlegt, wer das ankreidet. Weil geht natürlich nicht. Also erste, zweite, dritte, wie auch immer Lesung in einem so, das ist no way. Aber die Möglichkeit hat man ja, das auch öffentlich und das ist ja eine Priorität, weit vorne nochmal zu sagen. Also vielleicht wäre es der rechtspolitische Sprecher oder Fraktionsvorsitzender, der sich da äußert. Muss man auch mal gucken, was die Grünen da sagen. Genau, also das einigen wir uns, wenn dann überhaupt morgen drauf. Also Gerichtsurteile sagen, es ist theoretisch möglich, aber es war bisher im Haus hier immer so üblich. Und dementsprechend, also übliche Rechtsprechung geht man ja davon aus, wenn wir es immer schon so gemacht haben, dann gilt auch ein, in der Regel quasi gilt es dann, also als eine Muss-Regelung. Gut, aber dazu dann morgen mehr, je nachdem, was in der kleinen Geschäftsführerrunde dann noch rauskommt. So, dann haben wir, also wir müssen ja noch den Redner, genau Gerwald Klaus Brunner. Ich würde zurückziehen an der Stelle und würde Gerwald an der Stelle das Wort geben. Damit ist Faxe morgen der Redner an der Stelle. So, dann haben wir Tagesordnungspunkt 4.3, die Priorität der Grünen. Das ist Top 23 und zwar Aufsichtsrat neu besetzen, Geschäftsführer entlassen und den Flughafen B erst Garnedal frei fertigstellen. Da hat der Bene Lux uns darauf hingewiesen, dass mit großer Wahrscheinlichkeit die Fraktionsvorsitzende Ramona Popp zu diesem Thema reden wird, was uns jetzt in die Möglichkeit bedingt, auch unseren Fraktionsvorsitzenden, einen von beiden, ins Rennen zu schicken. Oder wir lassen unseren Fachpolitiker an der Stelle reden, das bleibt ein Setz hier frei. Wer möchte morgen zu diesem Thema gerne auf Frau Popp antworten oder mit Frau Popp gegen den Senat sprechen? Oder die Regierung? Meine ich ja, tut mir leid. Okay, ich gebe erstmal Christopher das Wort und danach kannst du herzlich vor dir gemeldet. Also, ich habe den Antrag nur überflogen, aber wenn ich das richtig sehe, dann wollen die einfach, dass der Aufsichtsrat und alles irgendwie neu besetzt wird. Die wollen, dass Schwarz geht und dass der Vorstand umstrukturiert wird in den Finanzverwaltenden, Forschern etc. Ich finde, da sollte irgendwie der Fachpolitiker was zu sagen. Weil mir fiel da zum Beispiel jetzt auch nur ein, okay, BER zum 95. Mal. Also, gut. Erst ist Martin dran und danach ist Pabel dran. Ich würde das gerne mit Olli nochmal absprechen. Ich glaube schon, dass Olli dazu gerne was sagt. Der Antrag ist völlig absurd und Egal wer dazu was sagt, würde ich vorschlagen, dass er sich kurz hält und sowas wie Entschuldigung sagt. Also, nur so. Genau, dann ist Pabel dran. Ich möchte ihn nur kurz reinwerfen. Also, weder Henkel noch Wobereit sind da, weswegen beide Aufsichtsratsvorsitzenden, die quasi in dem Aufsichtsrat sitzen, auch nicht da sind. Also, das gesamte Thema läuft ein bisschen gegen die Wand dann auch. Weil halt niemand da ist, dem man quasi Kacke an die Hand werfen kann. Kann man einfach gar nichts dazu sagen. Ja, kann man auch mal machen. Okay, jetzt ist Pabel erstmal dran. Ja, ich würde mich auch bereit erklären, da zu reden, weil es halt fachlich auch durchaus einmal Beteiligungsmanagement und Grundsatz ist. Controlling natürlich mit reinfällt und der Wirtschaftsausschuss auch. Also, ja, ich würde mir da auch irgendwas Lustiges überlegen. Gut, ich würde einfach dann vorschlagen, dass sich Martin, Oliver und Pabel bis Donnerstag einigen, wer dazu reden möchte. Und dann drücken wir das aus an der Stelle. Supi. Okay, Martin. Inhaltlich für den Stream, also der Großteil der Sachen, die dort im Antrag stehen, sind Ideen der Bundes-FDP-Fraktion. Gut. So, dann kommen wir zur Priorität der Linken. Das ist Top 28, wirksame Begrenzung der Zinsbelastung für Dispositions- und Überziehungskredite. Dort haben wir zwei Möglichkeiten. Wir könnten unseren verbraucherschutzpolitischen Sprecher dazu reden lassen oder wir lassen unseren finanzpolitischen Sprecher dazu reden, weil es beides, also Haupt- bzw. Verbraucherschutz angeht. Da das im Prinzip, also wir können auf Landesebene sowieso keiner einzigen Banke überhaupt irgendwas vorschreiben, beziehungsweise mehr als, hallo Banken, mach doch mal, ist das sowieso nicht. Das heißt, man kann höchstens über die verbraucherschutzpolitische Sache an die Sache überhaupt hier rangehen. Ich muss dazu nicht reden. Simon Mellitzig, sonst noch jemand? Dann redet Simon an der Stelle. Dann kommen wir zu unserer Priorität. Wenn wir die, ja, so, wir haben, also okay, machen wir es ein, was wäre. Ich schläge einen Tagesordnungspunkt für unsere Priorität vor. Da habe ich Christopher, da habe ich Fabio und dann Martin. Er ist Christopher. Ja, ich würde halt den Tagesordnungspunkt, ich glaube, 26. Genau, den 26 oder die laufende Nummer 26, Vertragsabschlüsse mit Privatfirmen zum Einkauf von Überwachungssoftware vorschlagen, weil er aus irgendeinem Grund ziemlich weit hinten auf der Tagesordnung gelandet ist. Ich weiß nicht warum. Und die anderen Sachen, die wir hatten, kommen, glaube ich, vorher dran. Und in dem Antrag geht es nochmal darum, dass der Datenschutzbeauftragte von Berlin einbezogen wird, wenn Überwachungssoftware gekauft wird in Berlin. Und dass er da reingucken kann, ohne dass er da irgendwelche Gebühren bezahlen muss, so wie das bei Herrn Schaar der Fall sein sollte, wenn er in den Bundesdrujaner hätte reingucken sollen. Gut, danke. Nur kurz zum Hinweis, der gemeinsame Antrag für die Stärkung demokratischer Grundrechte und Werte in der EU, auch in Ungarn, ist auf die nächste Sitzung vertagt worden. Und der gemeinsame Antrag BIH-Neuordnung, aber richtig, wird beraten. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit kommt Wasser, also der RWE-Vertrag aus dem Unterausschuss und aus dem Hauptausschuss, dann auf die Tagesordnung, weswegen dann eine Verbindung beider Punkte stattfinden würde. Das heißt, der gemeinsame Antrag würde dann nach vorne rutschen. Genau, und dementsprechend müsste man den auch nicht zur Priorität haben. Das heißt, der einzige Antrag von uns, an dem wir derzeit nach der aktuellen, beziehungsweise noch den zusätzlichen, den Fabio eingebracht hat, den man wahrscheinlich jetzt gerade vorstellen möchte, oder? Genau. Also, angesichts der Tatsache, dass wir vermutlich in der aktuellen Stunde und dann nochmal in einer großen Anfrage zu Illegalisierten und zu Flüchtlingen reden, würde ich denen jetzt an der Stelle nicht vorschlagen. Also, der, aber ich würde trotzdem nochmal zum Prozedere, ich bin immer noch der Meinung, dass es sinnvoll ist, wenn wir erstmal alle Anträge durchgehen und uns dann für eine Priorität entscheiden, weil wir haben da jetzt nicht den Zeitdruck und dann haben wir einfach alle Anträge präsent gehabt und können uns dann an der Stelle auch gut informiert entscheiden. Gut, dann ist Martin dran. Okay, das ist neu. Hört man mich trotzdem. Ich glaube, da hast du noch einen Antrag vergessen, soweit ich weiß, haben wir noch die obligatorischen Volksabstimmungen. Ja, aber der ist weit vorne. Der obligatorische Volksabstimmenscheid kommt. Also, den hätte ich jetzt dennoch vorgeschlagen. Zu dem Flüchtlingsantrag hätte ich noch einen Vorschlag zu Fabio. Es ließen sich ja auch der Antrag mit der Großen Anfrage verbinden, wenn die anderen Fraktionen dann nichts dagegen haben. Die Anfrage illegalisierte in Berlin, Große Anfrage, ist vertagt worden, weil der Senator nicht da ist. Okay. Der ist jetzt vertagt, weil der Senator nicht da ist und die Vertretung würde dann nichts übernehmen und die würde im Zweifelsfalle Blödsinn sagen. Der ist Tagesordnungspunkt 10, da sind wir noch nicht, aber ich kann es ja jetzt schon sagen, weil der Senator nicht da ist, ist vertagt worden. So, okay, das heißt, wir haben bisher den Vorschlag, Tagesordnungspunkt 26 zu unserer aktuellen Stunde zu machen. Wer dem seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist, ist der Herr Spieß auch dafür? Ich weiß, was stimmen wir gerade ab? Die Priorität, dass der einzige Antrag von uns zur Priorität wird. Gut, damit ist, ja, nein, ich meine der einzige, der jetzt auf meiner aktuellen Abdeckung draufsteht. Ja, obligatorische Volksentscheid, genau. So, gut, damit ist Top 26 unsere Priorität und wer möchte zu Top 26 unserer Priorität gerne sprechen? Damit habe ich eine Wortmeldung von Herrn Lauer. Möchte sonst noch jemand sprechen? Wie bitte? Das ist auch sein Antrag, aber er ist ja auch im IT-DAT-Ausschuss verwiesen. Das heißt, deswegen war die Frage. Gut. Wolfram hat sich gemeldet und möchte sprechen? Gut, nein. Gut, damit ist Christopher der Sprecher für den Tagesordnungspunkt 26 unsere Priorität. So, dann haben wir jetzt noch reingeschoben bekommen Top 4a. Das ist die dringliche Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Verfassung und Rechtsangelegenheiten, Verbraucherschutz und Geschäftsordnung. Das ist ein einstimmig mit allen Parteien beschlossener, Fraktionen beschlossener Antrag, und zwar Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik im Land Berlin. Das ist auch ein All-Fraktionen-Antrag, wird ohne Beratung quasi beschlossen und geht dann durch. So, dann kommt möglicherweise der BIH-Antrag, also das Gesetz zur BIH aus dem Unterausschussvermögen, aus dem Hauptausschuss mit Dringlichkeit als Beschlussempfehlung rein. Also, ne, mit großer Wahrscheinlichkeit kommt der rein. Dann kommt der Rückkauf von RWE mit großer Wahrscheinlichkeit rein. Und dann kommt Stellenpool ebenfalls aus dem Hauptausschuss mit großer Wahrscheinlichkeit rein. Also die SPD und CDU sind sich da einig, dass sie alle Punkte jetzt nach dem Herbst der Entscheidungen auf die Tagesordnung bringen und abschließen wollen. Das bedeutet, wir können uns im Prinzip jetzt schon mal darauf einstellen, dass wir jemanden haben müssen, der zum Thema BIH redet, dass wir jemanden haben, der zum Rückkauf der RWE-Wasserverträge redet und dass wir jemanden haben, der zum Stellenpool, das sind zweite Lesungsbeschlussempfehlungen, also das BIH wäre ein Gesetz, das Wasser ist kein Gesetz, das ist ein Vermögensgeschäft, genau, und Stellenpool ist auch wieder ein Gesetz an der Stelle. So, also alles zweite Lesungen, deswegen ja auch noch vor den anderen Sachen. So, zur BIH würde ich mich als Redner vorschlagen. Sonst noch jemand? Achso. So, okay, ist kein anderer, damit würde im Zweifelsfall, wenn es dann kommt, ja, Fabio? Ich frage jetzt mal ganz doof, das, was du als zweite Lesung BIH vorgestellt hast, ist ja was anderes, als unser Antrag, BIH aber richtig den Olli beim letzten Mal eingebracht hat in die Fraktionssitzung. BIH aber richtig Neuordnung habe ich eingebracht. Okay, aber das ist was anderes. Ja, das eine ist halt quasi, dass die BIH jetzt die Berlin-Novo werden soll und das alles neu aufgestellt wird, also quasi mit dem neuen Ermächtigungsgesetz, das, was wir eigentlich schon in der zweiten Lesung mal hatten, aber da der Senat einen Formfehler begangen hat, ist das alles vernichtig erklärt. Wir haben es wieder in die erste Lesung zurückgebracht und da geht es vor allen Dingen darum, dass halt das Abstimmungsgesetz an der Stelle geändert wird. Das kommt in der zweiten Lesung dann zurück. Zusätzlich würde dann der Antrag, also unser Antrag, den wir als Opposition alle eingebracht haben, das wäre dann der Antrag Top 29 BIH Neuordnung, aber richtig, der dem Senat vorschreibt, dass er uns ein Konzept erstmal vorlegen soll, wie er denn genau die Strategie verfolgt, Fondsrückkauf etc., der würde dann verknüpft werden an der Stelle und wir würden beides zusammen behandeln. Das heißt BIH Neuordnung, aber richtig würde dann quasi mit der Gesetzesänderung zusammen behandelt werden und würde dann im Zweifelsfall, also BIH Neuordnung, wenn Sie mit quasi in den Ausschuss verweisen, aber das Gesetz wollen Sie auf jeden Fall dann abstimmen. Genau. Ist eine Frage dann? Okay, genau. Und ich würde zu dem Tagesordnungspunkt gerne reden. Gut. So. Dann wird als nächstes mit großer Wahrscheinlichkeit der Rückkauf der RWE-Anteile auf der Tagesordnung landen. Das wird als erstes morgen im Unterausschuss Vermögen von 8 bis 10 Uhr behandelt werden. Sollte es dort nicht beraten werden, kommt es nicht. Sollte es beraten werden und beschlossen werden, wird es um 11 Uhr auch eine gemeinsame Presseerklärung der Oppositionsfraktion an der Stelle geben, auf der wir unsere Ablehnung des Rückkaufs von dem RWE, also von dem derzeitigen Verhandlungsstand, was da ausgehandelt wurde, bekunden. Dort haben wir auch im Liquid Feedback einen Beschluss mit 98 Prozent, dass wir die Vertragsverhandlungen, die stattgefunden haben, an der Stelle nicht so zustimmen können. An der Stelle brauchen wir auch wieder einen Redner. Es ist theoretisch ein Vermögensgeschäft an der Stelle. Wir haben uns als Fraktion ja auch dazu entschlossen, dass wir über die Normenkontrollplage ebenfalls daran vorgehen wollen. und deswegen würde ich an dieser Stelle auch zurücktreten, falls Faxe reden wollte und würde Faxe das Rederecht geben oder möchte noch jemand anderes reden. Ich sehe keinen anderen auf der Rednerliste an der Stelle, deswegen ist Faxe unser Redner. Ich habe eine Wortmeldung aus dem Publikum, bezieht sich das auf den RWE-Rückkauf? Ich würde vorschlagen, das an der Stelle hier nicht zu machen, weil inhaltliche, also bestimmt vom Wassertisch oder irgendwas in der Richtung. Ich bin Berlinerin, ich bin auch zählisch Berlinerin und dann Wassertisch und Beratung. Tut mir leid, aber wir müssen weiter mit der Tagesordnung an der Stelle machen. So, das heißt, Gerwald würde an der Stelle unseren, den Redner sein an der Stelle. Du möchtest trotzdem noch was dazu sagen, okay? Also für den Fall, dass da abgestimmt werden würde, würde ich darauf bestehen wollen, dass wir als Fraktion verlangen, dass mindestens namentlich abgestimmt wird. Das ist das Minimum, was wir erwarten müssen. Und was, wenn du noch irgendwelche Verhandlungen diesbezüglich brauchst, ist es auch wieder wichtig, dass das Shareholder-Agreement Übersetzung erst seit letzter Woche Donnerstag vorliegt. Also das ist ganz wichtig. Also die Abgeordneten können sich eigentlich erst seit letzter Woche Donnerstag über alle Punkte diesbezüglich ausreichend informieren. Okay, gut. Dann ist die Rednerliste wieder offen und der Martin hat sich auch gemeldet. Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, ich halte es auch für extrem sinnvoll, eine namentliche Abstimmung dazu zu machen. Wir bräuchten jetzt einen Fraktionsbeschluss. Ich hasse es, wenn Gerwald nicht den Antrag gestellt hat oder hat er eigentlich mündlich getan. Ich würde ihn jetzt schnell ins Rettmein hacken und dann machen wir einen Beschluss. Ich kann es doch einfach fordern. Nein, wir brauchen dazu einen Fraktionsbeschluss. Boah, ich kann es trotzdem einfach fordern. Nein, ist okay. Gut, pack das rein und dann... So, gut, das heißt, wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch eine namentliche Abstimmung fordern. Ich werde morgen auch mit den Linken... Okay, gut. Machst du das als Umlaufbeschluss einfach rein? Nee, warte, ich mach das jetzt einfach hier. Gut, also wer dafür ist, dass Sie morgen bei dem Tagesordnungspunkt RWE, wenn er auf die Tagesordnung kommt, eine namentliche Abstimmung verlangen, der möge jetzt mit dem Bällchen hochgehen. Gut, das ist bis auf Pavel einstimmig. Sonst hätte ich ja nicht einstimmig gesagt, dann hätte ich gesagt mit einer Gegenstimme. Das ist formal juristisch korrekt. So, jetzt kommen wir zum... Also möglicherweise kommt morgen dann auch noch der Stellenpool, also das Gesetz zum Stellenpool auch noch zurück. Das wird morgen alles in der Mammutsitzung im Hauptausschuss, nachdem wir von 10 Uhr morgens bis 18 Uhr eine Baurundfahrt gemacht haben, und dann um 18.30 Uhr noch bis Mitternacht alles behandelt werden. Sehr schön. Ja, ich freue mich tierisch, vor allem, weil ich um 8 Uhr morgens schon im Unterausschuss Vermögensitze zu dem Zeitpunkt. Gleichzeitig zu dem Zeitpunkt auch noch in der kleinen Geschäftsführerrunde sitzen muss. Und während wir um 10 Uhr mit dem Baurundfahrt beginnen, ich um 11 Uhr aber die Pressekonferenz hier geben muss, was ihm total lustig wird. So, wer möchte, wenn das morgen kommt, zum Stellenpool reden? Der Simon meldet sich, der hat auch schon, oder möchtest du, möchtest du das? Okay. Der Alex zieht zurück, und damit redet der Simon morgen, wenn das auf die Tagesordnung kommt. Gut, damit sind wir erst mal mit den ganzen Sachen, die theoretisch noch irgendwie auf die Tagesordnung ploppen können, erst mal durch. Und haben dann den Tagesordnungspunkt 5, erste Lesung, Gesetz über das Verbandsklagerecht für Tierschutzvereine. Dieser Tagesordnungspunkt wird beraten. Wer möchte zu diesem Tagesordnungspunkt reden? Das ist der Phil, der möchte reden. Ich sehe keinen anderen, der sich gemeldet hat. Ja, tangiert halt auch ein Teil unseres Grundsatzprogramms und insofern. Im positiven Sinne oder im negativen Sinne, wenn ihr schon antwortet? Ja, schon im positiven Sinne. Okay, gut. Damit wird Phil morgen zum Verbandsklagerecht für Tierschutzvereine reden. Dann haben wir den Tagesordnungspunkt 7, erste Lesung, Gesetz zu dem Beitritt des Landes Berlins zum Staatsvertrag der Länder Baden-Württemberg, Freistaat Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen über die Einrichtung einer gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder. Das soll ohne Beratung überwiesen werden. Dann Tagesordnungspunkt 8, erste Lesung, achtes Gesetz zur Änderung des allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes. Das soll auch ohne Beratung an die Ausschüsse überwiesen werden. Dann haben wir den Tagesordnungspunkt 9, erste Lesung, obligatorische Volksabstimmungen bei Verfassungsänderungen, Gesetz zur Änderung der Verfassung von Berlin. Da habe ich mal eine Beratung angemeldet und ich gehe mal davon aus, wer möchte reden? Der Simon möchte reden. Möchte sonst noch jemand reden? Nein, damit wird Simon unseren Antrag vorstellen, unsere Gesetzesänderung vorstellen. So, dann kommen wir zu den großen Anfragen, und zwar Top 10, illegalisierte in Berlin von den Grünen. Die ist aufgrund dessen, dass Senator Henkel krank ist, haben die Grünen um Vertragung gebeten und das wird dann beim nächsten Mal auf die Tagesordnung kommen. Hast du eine Frage dazu, Fabio? Und zwar, das war ja beim letzten Mal verschoben worden, weil, wenn ich mich recht entsinne, die Integrationssenatorin Kolat gesagt hatte, dass sie die Frage noch nicht ausreichend beantworten kann an dem Tag. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt, dass es jetzt plötzlich irgendwie um Henkel geht. Ich weiß, dass das natürlich mit beiden irgendwie was zu tun hat, aber ich verstehe jetzt immer nicht, dass es einmal Vertrag wird, weil es den einen Senator betrifft und der irgendwie sagt, er braucht noch Zeit, und dann sagt der andere Senator, er ist nicht da. Dann musst du in Konversation mit dem Benelux von den Grünen treten, weil das ist deren Antrag, und wenn die um Vertragung bitten, dann kann ich nicht in ihre Köpfe reingucken und weiß es einfach nicht. Okay, danke. Gut, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 11. Das ist die große Anfrage der SPD und der CDU, und zwar Durchsetzung der Schulpflicht. Die wird beraten. Wer möchte zur Durchsetzung der Schulpflicht in Berlin reden? Wir haben eine Wortmeldung von Martin. Möchte sonst noch jemand reden? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann darf Martin zur knallharten Durchsetzung der Schulpflicht jetzt Ausrufezeichen reden. Mit Waffengewalt, genau. Mit Polizisten in Riot-Control-Ausrüstung. So, dann haben wir Tagesordnungspunkt 12. Große Anfrage. Genügend S-Bahn-Züge ab 2017, 2018. Übernimmt der Senat die Verantwortung? Das ist eine große Anfrage der Grünen. Das sind drei Fragen, die da drinnen gestellt wurden. Es geht vor allem darum, sind genügend S-Bahn-Züge da? Wird auch morgen beraten. Wer möchte dazu reden von uns? Am Donnerstag. Meine ich ja, tut mir leid. Ich habe eine Wortmeldung von Gerwald. Sonst noch jemand? Dann wird Gerwald die große Anfrage an der Stelle. Das sind auch zehn Minuten. Gut, dann machen wir es einfach so, dass du Olli fragst und gibst mir bis morgen oder aller, aller spätestens bis Donnerstag frühs Bescheid, ob du oder Olli an der Stelle oder ob ihr euch das teilen wollt. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 13, betrügerischen Handel mit Schrottimmobilien erschweren, Verbraucherinnen und Verbraucher besser schützen, Notaraufsicht in Berlin den Anforderungen anpassen. Nur wer hinsieht, kann etwas erkennen. Das sind zwei Anträge der Grünen. Der erste Antrag, Handel mit Schrottimmobilien erschweren, ist im Ausschuss einstimmig mit allen Fraktionen in geänderter Verfassung angenommen worden. Die Grünen haben jetzt aber nochmal einen Änderungsantrag zu dem einstimmig angenommenen mit geänderter Verfassung, also die Beschlussempfehlung, also haben zur Beschlussempfehlung nochmal einen Änderungsantrag eingereicht. Woraufhin die SPD und die CDU gesagt haben, wenn ihr diesen Änderungsantrag aufrechterhalten wollt, werden wir das wieder in den Ausschuss überweisen. Genau, das heißt, ihr werdet euch nochmal ein paar Monate über Verbraucherschutz bei Schrottimmobilien unterhalten und es wird immer noch keine Entscheidung an der Stelle geben. Genau, aber wir brauchen trotzdem einen Redner dafür, Verbraucherschutz möchte oder möchte der rechtspolitische Sprecher dazu reden. Also Simon meldet sich. Gut, damit ist Simon unser Redner an der Stelle. So, dann geht es weiter. Tagesordnungspunkt 14, Ombudsstelle für ALG2-Empfängerinnen. Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss, einstimmig mit SPD, CDU und Grünen bei Enthaltung, Linken und Piraten. Ohne Beratung, brauchst du dich gar nicht erst melden, Alexander. Okay, gut. Dann Tagesordnungspunkt 15, Rechtssicherheit für Tageseltern schaffen. Sind Tageseltern Lebensmittelunternehmerinnen oder doch nicht? Einstimmig haben alle Fraktionen entschieden, dass es für erledigt erklärt wird und auf der Konsenslistung ohne Beratung behandelt wird. So, Tagesordnungspunkt 16, Auswirkungen des Flugbetriebes über ein Umweltmonitoring erfassen. Mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten, auch mit Änderungen abgelehnt. Die Grünen wollen nicht mehr beraten an der Stelle. Tagesordnungspunkt 17, die Zusammenstellungen der vom Senat vorgelegten Rechtsverordnungen. Da sind keine runtergenommen worden. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 18. Das ist der Antrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen, neue Förderperiode der EU-Strukturfonds, eine Strategie für Berlin, muss her. Wird federführend, jetzt ist es geklärt worden, an Eurobund Medien überwiesen, zusätzlich an Wirtschaft, Forschung und Technologie und an den Hauptausschuss. Und wird auch beraten. Ich gehe mal davon aus, dass Alexander dazu reden möchte. Möchte noch jemand anderes dazu reden? Ich sehe keine Wortmeldungen. Damit redet Alexander Spieß an dieser Stelle zu diesem Antrag. Dann haben wir den Tagesordnungspunkt 19, auch von den Grünen, Vorkaufsrecht nutzen für bessere Mieter, Innenschutz in Erhaltungs- und Sanierungsgebieten. Dort soll es keine Beratung mehr geben und direkt in den Ausschuss überwiesen werden. Tagesordnungspunkt 20 von den Grünen, Chancengleichheit auch bei psychosozialen Versorgung von Migrantinnen und Migranten, ist auch ohne Beratung direkt in die Ausschuss überwiesen worden. Tagesordnungspunkt 21, einheitliche und transparente Regelungen für Sponsoring auch in Berlin, auch von den Grünen, ist ebenfalls ohne Beratung überwiesen. Und zwar klärt sich das morgen in der kleinen Geschäftsführerrunde, ob es an Innen geht, also nur an Innen geht, oder ob es an Innen und an Recht geht, weil das Haus darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Sachen ja immer vom Innensenator an der Stelle beantwortet werden. Tagesordnungspunkt 22, Gleichbehandlung von Falschparken und Schwarzfahren, soll auch ohne Behandlung direkt in den Ausschuss überwiesen werden. Dann haben wir Tagesordnungspunkt 23, Aufsichtsrat neu besetzen, Geschäftsführer entlassen und den Flughafen BER skandalfrei fertigstellen. Das ist die Priorität der Grünen und dementsprechend vorne schon abgehandelt worden. Wir haben dann den Tagesordnungspunkt 24, das ist sozialer Wohnungsbau, braucht andere Lösungen, Moratorium für jährliche Mietsteigerungen, Antrag von den Grünen. Die möchten diesen Tagesordnungspunkt vertagen. Dann haben wir den Tagesordnungspunkt 25, für die Stärkung demokratischer Grundrechte und Werte in der EU, auch in Ungarn, Ausrufezeichen. Dieser Tagesordnungspunkt wird ebenfalls vertagt. Tagesordnungspunkt 26, Vertragsabschlüsse mit Privatfirmen zum Ankauf von Überwachungssoftware. Das ist unser Antrag, das ist Priorität. Der Tagesordnungspunkt 27, Wasserpreise senken, alle Wasserkunden wirkungsvoll entlasten, ist Priorität der SPD und der CDU. Tagesordnungspunkt 28, wirksame Begrenzung der Zinsbelastung für Dispositions- und Überziehungskredite, ist Priorität der Linken. Tagesordnungspunkt 29, BIH-Neuordnung aber richtig, ist derzeit auch da hinten dran, wird beraten. Gegebenenfalls wird er, wenn BIH zurückkommt, dann dort zusammen behandelt. Und ich habe mich als Redner an der Stelle angemeldet. Dann haben wir Tagesordnungspunkt 30, nachträgliche Genehmigung der im Haushaltsjahr 2011 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßige Ausgaben- und Verpflichtungsermächtigungen für die Hauptverwaltung plus Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2011, wird ohne Beratung direkt in den Hauptausschuss überwiesen und dann dürfen wir uns dort darüber unterhalten. So, damit haben wir im Prinzip die aktuelle Tagesordnung durch. Dadurch, dass wir bei bestimmten Tagesordnungspunkten vertagt haben, die große Anfrage einhändig behandelt wird, sieht es wahrscheinlich so aus, dass vor Mitternacht die offizielle Tagesordnung sogar diesmal endet. Ja, dann noch kurz der Dringliche Antrag von Fabio, da gehe ich davon aus, dass du, haben wir schon darüber geredet, genau, den Dringlichen Antrag von Fabio, den möchtest du machen. Gut, dann habe ich aber eine Wortmeldung erst von Simon und dann von, also erstmal von Simon Weißen und dann von Simon Kowaletzki. Nur nochmal eine kurze Rückfrage, weil du eben zu dem Antrag zur Notaraufsicht meinst, dass die Grünen einen Änderungsantrag stellen, der liegt jetzt, aber wenn ich das richtig sehe, noch nicht vor. Ich kann dir die Drucksache sagen, das ist die 17-0532-1. Warte mal, ich kann dir den noch einfach hier rumgeben. Ja, gib mir einfach, weil ich habe eben geguckt und nicht gefunden, vielleicht ist ja noch ein Ökkel. Genau, aber oben die Nummer, wenn du die dann reinschmeißt, findest du das Bindestrich machst du zu einem Punkt, glaube ich, oder so, dann findest du das auch online. Genau. Zack. So, damit haben wir die Tagesordnung an der Stelle durch und ich würde wieder, ah ne, Simon Kowaletzki war ja noch. Ja, nachdem wir das ja jetzt so wunderschön schnell alles fertig gekriegt haben, würde mich jetzt aber doch noch interessieren, was uns die Dame vom Wassertisch sagen wollte. Können wir ihr jetzt das Wort erteilen? Ich würde an der Stelle an Andreas die Versammlungsleitung übergeben, weil es ja nicht zur Abwicklung und sowas ist und wieder quasi die normale Sitzungsleitung an Andreas übergeben an der Stelle erstmal und dann macht er das. Gut. Dankeschön. Gut, vielen Dank, Heiko. Ich, als Zwischenbemerkung würde ich nochmal kurz erklären, wir haben heute eine sehr begrenzte Zeit, nur deswegen hat Heiko am Anfang sehr stark darauf geachtet, dass wir da nicht in Verzug geraten und deswegen auch möglichst stramm diese Tagesordnung durchgegangen. Ich würde vorschlagen, dass wir gleich, wenn wir zum Tagesordnungspunkt sonstiges, das ist schon der übernächste, dass Sie da nochmal die Gelegenheit dazu haben, dazu Stellung zu nehmen oder uns das mitzuteilen, was Sie uns kurz mitteilen möchten. Wir kommen jetzt aber zum nächsten Tagesordnungspunkt, das sind Termine, da gibt es das Jugendforum am 24.11. Udo und Christian Schröder sowie Uli oder Benedikt würden da teilnehmen. Da gibt es auch ein Ticket, wo das Vorbereitungstreffen organisiert wird. Martin, bitte. Also es war ja ein bisschen fälschlicherweise, das Vorbereitungstreffen hatte ja nichts mit der eigentlichen Veranstaltung, also schon, aber mit der eigentlichen Veranstaltung, dem einen Tragen da nicht viel zu tun. Wir waren ja letztes Mal schon da, wir haben dieses Mal Bundesparteitag, das ist inzwischen auch den letzten bekannt geworden, glaube ich. Das Problem ist, dass wir uns dann da irgendwie vertreten lassen müssen. Jeder, der da vertreten wird, Udo, geht für mich dahin in ein bestimmtes bildungspolitisches Forum, so eine Diskussionsrunde. Dem würde ich nahelegen, seinen Referenten kurze Grußworte oder sowas in der Art mitzugeben, damit die, die das da vortragen können, weil die Veranstaltung halt wirklich geil ist und wir sie auch im Bildungsausschuss mit einer Anhörung fördern wollen und auch finanzieren wollen, im Gegensatz zu früher oder bisher. Und das halt doof aussieht, wenn wir dann da nicht mitmachen. Achso, wer nicht zum Bundesparteitag fährt, der kann dann da hingehen. Phil? Ja, ich würde auch sagen, hier haben wir im Grunde genommen als Mandatsträger des Landes Berlin die Priorität normalerweise hier teilzunehmen, anstatt am Bundesparteitag. Also das ist im Grunde genommen eine Aufgabe, für die wir gewählt worden sind. Also ich meine, das kann jetzt jeder tatsächlich selbst für sich entscheiden. Ich würde halt gerne ein Meinungsbild einholen, wer gerne lieber bei dem Jugendforum mitmachen würde, anstatt zum Parteitag zu fahren. Also wer das jetzt genauso sieht, prioritärmäßig. Also wer würde lieber am Jugendforum teilnehmen als am Bundesparteitag? Formuliere Sie mit, sodass Sie mit Ja-Nein beantworten werden können. Ja, wer würde lieber am Jugendforum als am Bundesparteitag teilnehmen? Das Meinungsbild ist abgestürzt, weil ich denke, die Intention war klar, aber es ist halt schwierig, das unter allen. Naja, man konnte sie nicht beantworten. Gut, vielen Dank für die Hinweise und wir schauen mal, wie wir unsere Perteiligung dort sicherstellen können. Der Hinweis von Martin war natürlich richtig, dass alle diejenigen, die nicht beim Bundesparteitag da sind, dann wahrscheinlich beim Jugendforum zugegen sein werden. Ja, Daniela bitte. Nur weil Phil jetzt so gefragt hat, wollte ich nur fragen, gehst du da hin? Ach Daniela, was? Nein, nein, dann brauchen wir einen Referenten weniger, also du gehst da hin, ja? Okay, du bist bislang nicht im Ticket, deswegen frage ich dich. Nein, du musst jetzt fest zusagen, nicht mit ich. Ja, mit morgen, Mittag um 12, da müssen sich alle anfragen, die ich. Gut, vielen, vielen, ja, vielen Dank. Wir kommen damit zum nächsten Top, das ist sonstiges. Und da würde ich jetzt als erstes nochmal die Wortmeldung aus dem Publikum vorziehen, bitte. Ja, vielen Dank, dass ich zu Wort kommen darf. Ich habe und wir vom Wassertisch und auch als normale Person haben heute mit einem Verfassungsrechtler telefoniert und vor zwei Wochen mit einem ehemaligen Bundesverfassungsrichter ein längeres oder sehr langes Gespräch gehabt. Der Fazit ist, dass diese Wasserverträge sowas von undemokratisch und schrecklich sind, das ist bekannt. Und es ist ganz, ganz wichtig und dringend dagegen etwas zu unternehmen. Eine Sache, die eventuell auch zum Erfolg führen könnte, ist diese abstrakte Normenkontrollklage. Das ist aber ein bisschen wackelig. Mehr Erfolg hat man mit einer Organklage. Dieser Rückkauf, der jetzt hier so schnell über die Bühne gezogen wird, kann eigentlich von keinem Abgeordneten abgesichnet werden. Dieses Shareholders Agreement ist seit acht Tagen, liegt das in diesem Darkroom, wobei dieser Herr Professor Bross sagte, das sei schon ein Unding, dass das im Geheimen da liegt, ist acht Tage da, das ist ein längeres Werk, ist ein juristischer Text letztlich und beinhaltet, darum gibt es nämlich diese Shareholder Agreements, die Inhalte ist meistens sehr diffizil und hat weitreichende Folgen für was anderes und diese Vereinbarungen dort stehen nicht umsonst in sonstigen Verträgen und Vereinbarungen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jemand oder auch der Heiko oder Gerwald innerhalb von letzten Donnerstag oder wann das da in Deutsch, was auch schon eine Unverschämtheit ist, dass sie das da erst nur in Englisch hingeknallt haben wohl, dass sie die Tragweite von dem erfassen können, was da drin steht. Eins ist nämlich klar, das steht auch fest, das betrifft unter anderem die betriebliche Führung. Und wenn hier in diesem Antrag der Drucksache von CDU, SPD steht, die wollen, haben beabsichtigen, die Verträge zu ändern oder da darf keine Gewinngarantie mehr drin sein, da steht, es ist eine Absicht und Veolia klebt und hängt mit vollen Krallen überall da drin. Und die CDU, das wissen wir ja von dem Blatt von Herrn Heilmann, was der da schon mehr oder weniger mit denen geredet hat, da kann man sich vorstellen, was dabei rauskommt. Und von daher, wenn nach der Aussage hier von diesem Verfassungsrechtler von heute Morgen, der meinte, ein Dringlichkeitsantrag auch, der kann ganz kurzfristig gestellt werden und dann kann man noch Fragen auflisten und wenn die nicht beantwortet werden können, dann kann man auch um Aufschiebung bitten. Und wenn das nicht ist, dann ist das möglich, darüber eine Organklage zu machen. Denn diese Verträge sind verstoßen dermals gegen demokratische Strukturen, dass man das eigentlich nicht hinnehmen kann. Und die Piraten oder auch viele andere wollen demokratischere Strukturen. Und ich denke, man muss diesen Weg gehen, möglichst. Ich fände es schön, wenn Sie die Informationen, die Sie dazu haben, vielleicht dem Gerwald zukommen lassen können, sodass er dann auch nochmal mit unserem Justiziariat bespricht, welche Möglichkeiten es da gibt und wir dann da dann, ja, unsere Entscheidung, ob wir da so einen Weg beschreiten können oder nicht, machen können, weil wir natürlich da auch den direkten Kontakt dann auch zu dem Juristen, mit dem Sie gesprochen haben, etc. bräuchten. Das dürfte kein Problem sein. Okay, vielen Dank. Also, ich will nur noch ganz kurz sagen, ich habe hier auch, der hat uns zwei Verfassungsgerichtsurteile genannt, dieses auch, dass nur Ausschussmitglieder oder so da irgendwie gucken oder die sagen dann, ja, wir haben das gesehen und jetzt könnt ihr abstimmen. Das reicht nicht unbedingt. Jeder Abgeordnete hat das Recht, sich intensiv zu informieren beziehungsweise unterrichtet zu werden von dort. Gut. Danke. Vielen Dank. Dann. Wir legen das auch. Ja, aber das. Ich. Es gibt nicht nur die juristische, es gibt auch die finanzielle. Naja, ich würde jetzt ungern in die Diskussion darüber einsteigen, weil ansonsten finden wir da schwerlich ein Ende. Ich würde, wie gesagt, erstmal diesen Weg gehen, dass wir da eine Bewertung zu haben. Ist das okay, Pavel? Gut. Vielen Dank. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Unter Sonstiges, das war die finanzielle Beteiligung der MDA-Normenkontrollklage mit den Grünen. Fehlende Unterschriften. Das ist, glaube ich, was von Daniela, oder? Wer hat das dort eingetragen? Niemand? Okay. Heiko, bitte. Ansonsten komme ich. Gut. Also welches, was war jetzt das Erste, was da drin stand? Zack, zack. Finanzielle Beteiligung der MDA-Normenkontrollklage. So, wir haben an der Stelle eine Rückmeldung vom Rechnungshof bekommen, dass für das Gutachten, was durch die Fraktion eingeholt wird, es ohne Probleme möglich ist, das von der Fraktion bezahlen zu lassen. Jedoch für die Führung der Normenkontrollklage, die wir als Person, also als Abgeordnete zu führen, ist es nicht zulässig an der Stelle. Dementsprechend müssen wir, ähnlich wie bei unserer Organklage, die wir am Anfang auch führen, die Mittel, also die anteiligen Mittel an der Stelle selbst tragen. Was, zack, zack, ähm, ab, 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 das wären, okay, also je nachdem, wie viele halt teilnehmen, würden sich halt die Kosten unterscheiden, und zwar zwischen 65 bei 14 oder bei 10 sind es halt noch 90. Also es sind 904 Euro, die wir quasi anteilig bezahlen müssten an der Stelle, und wir müssen halt, also wir können nicht beschließen, dass wir das jetzt bezahlen, aber wir müssten halt das Geld halt aus unserer Tasche bezahlen, also diejenigen, die damals halt da mitgegangen sind. So, dann habe ich erst mal auf der Rednerliste, erst war Gerwald dran, dann war Martin, nee, nee, erst war Martin dran, dann war Gerwald dran, dann war Alex dran, so rum. Das hört nicht schon an mich, das machst du ja eigentlich, tut mir leid. Ich entschuldige mich vorab, ähm, für das Statement, ich habe es ja gleich gesagt. Ähm, ich bedanke mich, dass ich jetzt eine Zahl habe, bin auch dann in dem Fall dazu bereit, meine, äh, Unterschrift da zu leisten, möchte nur die Versammlung noch darauf hinweisen, dass ähnlich wie unser Gast das jetzt schon gesagt hat, diese Normenkontrollklage auf sehr wackeligen Beinen steht. Es gibt schon zu demselben Betriebegesetzurteile des Landesverfassungsgerichtes, die ich auch dem Justizialjahr weitergeleitet habe. Also. Gerwald? Ja, ich wollte nur informieren, dass ich schon 900 Euro für diesen Zweck in der Geschäftsstelle hinterlegt habe. Das ist auch der Betrag, der insgesamt fällig ist. Wer will, kann es mir dann entsprechend zurückgeben, kann man auch entsprechend sich darüber einigen. Auch wenn etwas wackelig ist, ich sage mal, frage zwei Juristen, kriegst du drei Meinungen, bin ich der Meinung, dass man das tatsächlich bis zum Ende durchfechten sollte. Und auch die anderen Wege, die es auf dem Klageweg noch gibt, zu beschreiten, um halt dieser Farce Wasserverträge, die sich ja seit 13 Jahren im Land Berlin herumgeistern, endlich in irgendeiner Form ein Ende setzen können. Also es kann nicht angehen, dass jetzt weiter Geld ausgegeben wird und wir trotzdem immer noch keine eigentlich hundertprozentige Verfügungsgewalt über diesen Betrieb erhalten, eben weil entsprechende Vertragswerke, unter anderem der Konsortialvertrag, das Sharehold Agreement und weitere Nebenabreden in ihrer Rechtskraft bestehen bleiben und auch die Senatsverwaltung schrägt, die Senat auf entsprechende Fragen im Sonderausschuss Wasser zu keinem Zeitpunkt eine entsprechende Antwort gegeben hat, dass die in diesem Bereich was zu unseren Gunsten, also sprich Land Berlin, ändern möchten. Alexander? Ja. Ja, also ich bin da auch für eine Klage und stehe da auch unter allen Umständen zur Verfügung. Wollte nur mal wissen, weshalb wir jetzt als Einzelabgeordnete klagen müssen, weil der Unterschied war ja immer, wenn die Fraktion ein Klagerecht hat, oder? Das ist ganz einfach, die Fraktion kann nicht klagen laut Gesetz. Also es müssen Personen klagen und die Fraktion kann in dem Fall nicht klagen. Gut, Pavel? Gut, ich finde ja den Zustand irgendwie bemerkenswert, dass offenbar die Grünen dort eine andere Auffassung haben und pflegen, was jetzt die Kostenerstattung angeht, wollte ich da mal nachfragen, ob da jemand was genaues weiß, also das, was ich schriftlich gehört habe, war, beziehungsweise was ja beim letzten Mal hier in der Runde gesagt wurde, war, dass die das planen als Fraktion zu übernehmen, oder gibt es da neue Informationen? Heiko? Man kann es einfach damit beantworten, wer nachfragt, ist meistens der Dumme an der Stelle. Also wenn man halt, also es ist eine 50-50-Situation, also das, man ist eine Grauzone, man kann es, man kann es nicht, und im Zweifelsfalle müsste es per Gerichtsurteil quasi dann entschieden werden, endgültig, bis man, wo dann ein Gericht sagt, es ist eins oder zwei. Dementsprechend, und da der Rechnungshof halt auch eher so tickt, also dir nicht zu gestatten etwas, sondern es ist einfacher, Ne zu sagen, als Ja zu sagen, die Situation, das ist eine 50-50-Regel, das ist eine Grauzone an der Stelle. Gerwald? Um mal die Grünen in diesem Zusammenhang zu erklären, die gehen ganz bewusst das Risiko ein, dass sie mal verklagt werden, weil der Rechnungshof ist ja in dem Sinne nur ein Gremium, was kritisieren kann, aber von sich aus keine Weisungs- oder sonstige Befugnis hat, um da einzuschreiten. Es ist natürlich gut, wenn man auf der einen Seite versucht, Steuergelder zu sparen, auf der anderen Seite ist es aber auch die Pflicht und Aufgabe der Opposition, solche Dinge, wenn man es nicht auf parlamentarischem Weg schafft, auf juristischem Weg umzusetzen. Dementsprechend stehen den Fraktionen auch entsprechende Gelder zur Verfügung. Und wenn man das in einem gemäßigten Umfang auch dafür verwendet, hat bisher keine politische Partei dafür irgendwelche bösen Prozesse an den Hals gekriegt oder Verleumdungskampagnen von anderen Parteien. Das wäre ja, wenn das entsprechend begründbar wäre gegenüber der Bevölkerung, ja sozusagen jederzeit einen Elfmeter für eine Regierungskoalition darauf einzuhacken. Gut, vielen Dank. Dann ist Martin noch auf der Redeliste. Bitte sehr. Ich wollte es nur mal verdeutlichen, also wir haben ja bei der Organklage schon gefragt und wir waren die Ersten, die danach gefragt haben. Und insofern ist zu erwarten, dass der Landesrechnungshof jetzt beim Präsidenten nach Abschluss dieses Jahres, des Haushaltsjahres im Abgeordnetenhaus, das auch rügen wird, also beziehungsweise bemängeln wird und dass sich der Präsident daneben entscheiden wird. Also entweder tragen wir zur gerichtlichen Klärung dieser Frage bei oder dazu, dass die Grünen verantwortungsvoller mit ihren Fraktionsgeldern umgehen. Okay, vielen Dank. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar Kontakt zu Michael Hilbarer wegen der Nebeneinkunftsregelung. Fabio würde sich bereit erklären, ich ebenfalls. Fabio hat das dort eingetragen. Worum geht es? Ja? Ja, wir hatten ja das Fraktionentreffen, vielleicht noch mal ein bisschen so an die Zuschauer, die das jetzt nicht so genau verfolgt hatten, am letzten Wochenende in Saarbrücken und wir hatten darüber gesprochen und das auch schon medial verkündet, dass wir jetzt eine gemeinsame Regelung der Offenlegung der Nebeneinkünfte anstreben und wir brauchen einfach eine Person aus jeder Fraktion, die einfach den Ansprechpartner jetzt gibt für Michael. Ich würde Michael dazu bereit erklären, aber wir können das auch gerne gemeinsam machen. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass Michael einfach einen Namen hat, an den er sich wenden kann und alles Weitere kann man auch gerne im Team machen. Jetzt muss ich mal kurz nachfragen, ist Michael da auf dich direkt zugekommen oder? Nein, es war angesagt worden auf dem Fraktionentreffen, dass es aus jeder Fraktion einen geben muss. Dann ging es verschiedene Hände hoch und dann hatte ich angerichtet, dass wir das dann in den verschiedenen Fraktionen individuell klären, damit es dann nicht so ein Toh-Wa-Woh gibt und außerdem ist es auch ein bisschen blöd, wenn da einige Leute auch gar nicht vor Ort sind und dann von dem Prozess gar nichts mitbekommen. Okay, ich hatte ja dazu auch eine Mail rumgeschickt auf der Fraktionen-Mailing-Liste und dort sind sozusagen im Adressatenfeld auch diejenigen aufgeführt, die bisher dort als Ansprechpartner gelten. Ich denke, das kann man mit denen über die auch erstmal weiterlaufen lassen. Aus Berlin war ich das. Jetzt habe ich auf der Redeliste den Heiko, dann den Martin und ja, Heiko bitte. Ja, ich an der Stelle würde es, also wir haben uns ja nicht nur darauf beschlossen, dass wir die gemeinsamen Nebeneinkünfte das ausarbeiten wollen, sondern wir wollen ja bis zum nächsten Bundesparteitag, also steht es auch in der Presse drin, das quasi über Piratenfraktionen.de auch alles schon selbstverpflichtend dann auch tun. Dementsprechend würde ich hier mitten in den Raum werfen würden, ob wir als Berliner Fraktion da wieder voranpreschen und da wir Piratenfraktionen.de in unserem Besitz befinden, das einfach alles aufsetzen und machen und die anderen dann quasi dann hier, es ist alles da, gebt uns die Daten, schreibt euch mit rein. Okay, der Einzige, der jetzt hier nicht beteiligt ist, der Mola. So, Martin, es tut mir leid, es ist dieser Stecker, ich habe das rausgefunden. Das war eigentlich im Prinzip auch meine Frage, ich habe es so verstanden, dass Andreas sich den Hut dafür aufgesetzt hat, vor allem mit Patrick und mit den anderen, mit Michael zu korrespondieren. Die Frage war, die ich gestellt habe, ob das sich auch darauf erschreckt, dass du das mit der Webseite und der Gemeinde mit Herrn Morlang zum Beispiel besprichst. Und um die Frage von Heiko zu beantworten, ich bin der Meinung, das sollten wir tatsächlich so wie angesagt auch konzertiert durchführen und nicht vorpreschen. Wenn dann an einem Stichtag nicht alle Daten da sind, dann müssen sich die Fraktionen und die Abgeordneten rechtfertigen, aber ich würde das an einem Stichtag mit so vielen Abgeordneten wie möglich online gehen lassen. Weil unsere sind schon online, wir brauchen da jetzt nicht mehr uns hervortun. Ja, bis auf die von Herrn Morlang. Um kurz die Frage zu beantworten, ja, ich würde da gerne als erstes auf Alexander zugehen, weil der ja auch in der IT-übergreifenden Arbeitsgruppe war, um dann zu gucken, wie genau wir das auf piratenfraktionen.de veröffentlichen können. Alexander. Und tatsächlich noch unseren eigenen Ansprüchen gerecht werden, was wir zwar nur manchmal, aber immer noch viel zu selten tun, dann sollten wir uns frühzeitig darüber nachgedanken machen, wie wir den Kram veröffentlichen, weil Text, also Fließtext ist kein Open Data und eine Excel-Tabelle ist auch kein Open Data und daher frage ich in diese Runde, wer Interesse daran hat, sich bevor, also während ihr an der administrativ-politischen Umsetzung arbeitet, irgendwie sich mit der inhaltlich-technischen Umsetzung beschäftigen will. Ich würde da auch zusehen, dass wir Leute aus der Open Data Community mit in die Arbeit einbeziehen, dass wir da gegebenenfalls, okay, ich sehe Plätzchen, ich sehe Martin, damit haben wir zwei hochkompetente Köpfe, möchte noch jemand, super, gut, das heißt, ich würde vorschlagen, das in den Anhang des nächsten IT-Meetings zu setzen, wenn wir vorher Zeit haben, dann sogar vorher, das können wir dann am Rande dieser, also nach dieser Sitzung besprechen. Ich danke. Vielen Dank. Damit kommen wir zum nächsten Punkt, reden vorab an die Pressestelle. Ich denke, das ist eine Bitte. Ganz kurz, das hat mich Berthold noch mal darum gebeten, euch das zu sagen, wenn ihr eure Reden schriftlich habt, dann gebt sie doch bitte einfach vorher auch an die Pressestelle durch, damit die dann gegebenenfalls die an eurer Rede interessierte Journalisten weitergeben können. Vielen Dank. Damit kommen wir zum letzten Top, das ist Top 7 Berichte. Wie immer können die dort angefügt werden, ins Pad gepastet werden und wir kommen damit zum Ende dieser Tagesordnung und sind um 16.17 Uhr am Schluss. Ich bedanke mich für die Teilnahme und wir sehen uns zur nächsten Fraktionssitzung am nächsten Dienstag um 15 Uhr wieder. Tschüss.